Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja alle Leute, heute machen wir einen besonderen Film und zwar zwei unterschiedliche Regionalzüge der Epoche 6 und einmal die Baureihe 650, der kleine rote Triebwagen hier, der von Rocco ist und dann haben wir noch die Baureihe 111, auf der anderen Seite Verkehrsrot von Pico dahinter N-Wagen und den Wittenberger Steuerwagen ganz zum Schluss. Ja, Epoche 6, viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen, ciao! Ja! Ja, Epoche 6, viel Spaß damit Sie können mit Ko용raten. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.